Eine nochmalige Krise des Ausmaßes der Krise der letzten Jahre wäre aus mehreren Gründen verheerend. Zum einen ist es so, dass die Staaten nicht mehr die Mittel zur Verfügung haben, um so eine Krise dann wirkungsvoll bekämpfen zu können. Aber zum anderen, und das ist glaube ich das größere Problem, wird auch auf Seiten der Bevölkerung ein Unmut dann über das Wirtschaftssystem entstehen, die auch grundsätzliche Fragen an der Zukunftsfähigkeit des gesamten Systems stellen würde. Und das ist ein Punkt, der dann auch fundamental das gesamte ökonomische, vielleicht sogar politische System in Frage stellen könnte. Es gibt aus meiner Sicht zwei wesentliche Stellschrauben, die möglichst schnell angegangen werden sollten. Auf der einen Seite ist es so, dass Banken nach wie vor viele, viel zu viele Staatsanleihen in ihren Beständen halten und dann, wenn ein Staat in Probleme gerät, dann auch automatisch die Banken in Probleme geraten. Das muss also geändert werden. Der zweite Punkt ist, dass Banken noch viel zu häufig nicht insolvent gehen können, weil man Angst hat, dass sie ansonsten ein systemisches Risiko hervorbringen und damit natürlich Risiken für den Steuerzahler entstehen. Also man muss hier eine sehr schnelle, effiziente Gläubigerbeteiligung hinbekommen, um zu verhindern, dass Risiken weiterhin aus dem Privaten in den öffentlichen Sektor transferiert werden. Die Politik muss eine stärkere Verantwortung übernehmen bei der Regulierung. Sie hat erste Schritte, richtige Schritte getan, mehr Eigenkapital bei Banken zu verlangen, eine stärkere Aufsicht über Finanzinstitutionen, über Finanztransaktionen zu schauen. Aber es bleiben weitere wichtige Schritte zu tun, insbesondere die Frage, wie man Staatsanleihen reguliert, wie man zum Beispiel Größenbeschränkungen bei Staatsanleihen einführt, weil das ein ganz wesentlicher Punkt ist, bei dem die Finanzkrise gestartet ist und bei dem man verhindern sollte, dass die nächste Finanzkrise wieder so startet. Für mich ist im Moment ganz wichtig, dass die Zentralbanken, die mehr und mehr Aufgaben aufgebürdet bekommen haben von der Politik, sich wieder auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren können. Dass also die Politik wieder mehr in die Verantwortung kommt, diese Verantwortung übernimmt und Zentralbanken nicht alle anderen möglichen Aufgaben wie die Wahrung der Finanzmarktstabilität, wie die Bankenaufsicht und andere Aufgaben übernehmen müssen. Denn nur dann können sie dem gerecht werden, was eigentlich ihr Mandat ist, nämlich die Preisstabilität zu wahren. Man sieht das weltweit, dass die Karriere, sagen wir mal, in einem Investmentbankbereich nicht mehr so selbstverständlich ist und auch nicht mehr so unkritisch gesehen wird, wie vielleicht vor einigen Jahren. Das heißt, es gibt Rechtfertigungszwänge, man muss das erklären, aber das kann auch gut sein, in dem Prozess wieder Vertrauen aufzubauen. Wir sehen auf jeden Fall eine sehr starke Fragestellung bei der nachwachsenden Generation der Ökonomen, der Studierenden, wie es zu dieser Krise kommen konnte. Das ist zum einen gut für die Wirtschaftswissenschaften, weil wir damit uns neuen Fragen widmen können und jeder auch die Relevanz dieses Faches erkennt. Andererseits heißt es aber auch, dass wir neue Aspekte mit berücksichtigen müssen. Insbesondere der Aspekt der Interaktion der Wirtschaft, auch der Wirtschaftswissenschaften mit der Politik, der Frage der Regulierung, inwiefern Staat und Markt nebeneinander bestehen, sind alles Themen, die heute stärker eine Rolle spielen als in der Vergangenheit, als vielleicht die Sicht auf ein Unternehmen und vielleicht auch zu beschränkt auf ein Unternehmen dominiert haben. Und jetzt komme ich mit mir das schon in fünf Jahren verstoßen. Abια Kleingung Benzarke